Wie viel Zeit haben wir? So lange wie es dauert, das Bohrloch zuzuschütten und die Leute an Bord zu bringen. Meine Frau war mit dem kleinen Schwanger, als ich los musste. Ich kenne ihn überhaupt noch nicht. Oh Gott, wir haben hier ein Riesenproblem! Wo sind wir? 2000 Meilen westlich von unserem Kurs. Hier ist wohl nicht zufällig ein Four Seasons Hotel in der Nähe, oder? Waffenschmuggler. Ich meine, worauf warten die? Schießübung. Es geht los. Der Sturm fegt hier mit 100 Meilen pro Stunde drüber. Wir müssen rein! Sie glauben doch nicht, dass wir gerettet werden, oder? Ich kann uns hier rausbringen. Wir haben alle Teile und Werkzeuge, die wir brauchen an Bord. Wovon redet er überhaupt? Wir wollen ein neues Flugzeug bauen. Warum bauen wir nicht auch gleich einen Swimmingpool? Die Konstruktion ist perfekt. Der einzige Haken ist, dass Sie es fliegen müssen. Einer von uns muss ihn erschießen. Nicht runterlassen! Echt, ihr kommt da raus! In dem Flügel ist Treibstoff! Wie tief sitzen wir in der Schasse? Ziemlich tief. Wachstum-Germann ab? Ich bin es. Wachstum-Germann ab? Wie tief sind Sie? Musik-Germann ab?